B8.5 B8Who leveling 2 größer als G gleich 0. O gleich 0 Fragezeichen Klammer Affe 54 gleich 0. 0 G5 gleich 0 für Semikolon O größer als 4 gleich größer als Ab größer als Klammer Affe größer als gleich gleich 53. Größer als 8 Semikolon 8 42 CE AB größer als Klammer Affe größer als gleich gleich 53. größer als MB8, Doppelpunkt 5, B8, Afe größer als 20, gleich 8, OAB5, Doppelpunkt, Semikolon O, gleich, G8, Fragezeichen, Semikolon 0, AB8, größer als 2, KE1, CBK, größer als, D, Semikolon O, 3, 10, größer als, gleich, größer als 2, Doppelpunkt 0, gleich, 8, A, B, Klammer, Afe, 4, O8, gleich, A, B, 0, Semikolon, Semikolon, O, F, 88, 2, 8, 8, 8, N, D, 0, A, größer als, 2, 8, 65, 0, B8, gleich, größer als, 2, KE, Doppelpunkt 0, Fragezeichen, A, 8, B, 0, 1, Semikolon, 5, B, größer als, 2, Fragezeichen, Semikolon 0, AB8, Größer als, 2, K, 5, 1, CBK, Semikolon, Doppelpunkt, 8, 2, B, größer als, N, Berge, für F, A, B, 0, I, P, 0, M, A, B, 0, B, 0, A, 0O8? Größer als A B 0 O 2 C? Klammer Affen 0 2 Semikolon 5 gleich 88 0 H 8 gleich 0 Fragezeichen Klammer Affe 8 5 gleich O 5 B A O 2 D 0 Klammer Affen 0 F 52 B 8 G 5 A Doppelpunkt 9 Doppelpunkt größer als A 5 B 8 G 5 A Doppelpunkt 9 8 Fragezeichen 8 I 52 größer als 9 Fragezeichen Klammer Affe größer als KH Semikolon 5 gleich gleich A B 8 4 Semikolon O 0 Klammer Affe Doppelpunkt 8 Klammer Affe 2 zu 8 Semikolon 5 Doppelpunkt 0 Klammer Affe A B 2 Doppelpunkt größer als A 5 B 8 zu 8 8 gleich 0 Fragezeichen 8 B. Wir bieten professionelle Beratung bei der Auswahl beliebiger pharmazeutischer Ausstattung an. Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan. Suche nach gebraucher pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland. Wir stehen bei der Auswahl der Lieferung und der pharmazeutischen Ausstattung nach Deutschland zur Seite. Wir haben große Erfahrungen und Kenntnisse von der Technologie. In unseren Katalogen viele Videos, Fotos, Beschreibungen von verschiedener Ausstattung. Wir kompletieren Linien und einzelne Maschinen nach Produktionsmustern. Das gesamte Sortiment der begleitenden Waren, Verpackung, Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien. Guten Tag, mein Name ist Roman Zibulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung Minipress.ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen. Eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt. Meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen.